Dies ist ein weiteres Video zum Thema Vektorrechnung und hier geht es darum, eine Ebenengleichung in der sogenannten normalen Form aufzustellen. Die normalen Form heißt so, weil die Ebenengleichung im Wesentlichen durch einen normalen Vektor bestimmt wird. Ein normalen Vektor ist ein Vektor, der senkrecht auf allen Punkten dieser Ebene steht. Also wenn ich mir hier so eine Ebene vorstelle, dann kann ich dazu einen Vektor finden, der im Prinzip senkrecht aus dieser Ebene so herausragt. So könnte man das vielleicht darstellen. Stellt euch einen Tisch vor und nehmt einen Stift und lasst ihn senkrecht nach oben zeigen, dann wäre die Richtung des Stifts praktisch der normalen Vektor zu dieser Blattebene. So, diese Ebene ist also definiert einmal durch diesen senkrechten Vektor, den normalen Vektor n und weil dieser Vektor ja praktisch auch verschiebbar ist, brauche ich noch einen Punkt, der definitiv in dieser Ebene liegt. Das ist mein Stütz, oder der Stützvektor zu diesem Punkt ist der Stützvektor zu dieser Ebene und damit ist die Ebene dann eindeutig definiert. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen hier in der Zeichnung. So, wie sieht das aus? Ich möchte ja in meiner Ebenengleichung im Prinzip alle Punkte x, y, z herausfinden können, die in der Ebene liegen. Und in der normalen Form muss halt die Bedingung erfüllt sein, dass ein Punkt in der Ebene, wenn ich jetzt hier irgendeinen beliebigen Punkt habe, x, y, z, dann muss im Prinzip der Vektor zwischen p und diesem Punkt hier, der muss senkrecht auf n stehen. Und wenn ich das jetzt ausdrücken würde, dann sage ich meinen normalen Vektor skalar multipliziert mit diesem Vektor zwischen einem beliebigen Punkt y, z und p. Na, das muss gerade 0 ergeben, wenn die beiden senkrecht sein sollen. Also, ich mache das mal in einer anderen Farbe hier. Quasi dieser Vektor zwischen einem Punkt und meinem Stützpunkt p, der muss die Bedingung erfüllen, dass er senkrecht hier auf n steht. Dann liegt dieser Punkt hier in der Ebene. Und das sieht hier so aus, dass ich quasi meinen Punkt nehme, x, y, z, beziehungsweise nicht den Punkt, sondern den Ortsvektor zu diesem Punkt und ziehe dann im Prinzip den Ortsvektor zu p ab. Und das skalar multipliziert mit meinem normalen Vektor muss dann gleich 0 sein. Das kann ich noch ein bisschen schöner schreiben. So, das heißt, hier für x kann ich jetzt alle Punkte finden, die diese Gleichung hier erfüllen. Und das wären dann die Punkte in dieser Ebene. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, wie einfach man so eine Ebenengleichung in normalen Form aufstellen kann. Wie man die dann umformt in Parameterform oder nachher auch in die Koordinatenform. Dazu gibt es ein separates Video. Kann man sich hier aber schon ganz gut vorstellen. Da es ja hier um einen senkrechten Vektor geht, da muss ich wahrscheinlich irgendwie das Vektorprodukt anwenden. Aber wie gesagt, dazu mehr in einem separaten Video. Hier zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen zu diesem Video auch verstanden habt.